Hallo und herzlich willkommen zurück. Ah ne, ich hab gesehen du machst das ein bisschen besser, mach du das aber. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mal mit der Viewing Party mit Vardial und Aqua. Amar spielt selber nämlich gleich eine kleine Special. Ja, lasst ein Like da, abonnierst den Kanal. Perfekt, Dinger. Und check natürlich auf jeden Fall auch Aqua und Medall aus, denn die werden heute nämlich die erste Runde für mich Viewing Party, weil ich irgendwie übel Bock habe gerade selber zu spielen. Und ich habe mich ja natürlich für die Samys qualified, ist ja natürlich gewesen. Und deswegen zog ich die erste Runde mit. Also ich denke mal so ein, zwei Stunden werde ich dann immer mal wieder nur reinkommen. So lange werden die Jungs hier natürlich übernehmen. Die haben sich auch beide natürlich fresh die Frise gerade gestylt. Wie findet ihr sie? Alles aufgestanden. Heute wird es darum gehen, die Top 1500 treten wir jetzt gegeneinander an. Ich glaube, ja. Die Top 250 kommen weiter. Ja, und heute, wie gesagt, ich werde am Anfang erstmal spielen. Ich hoffe, darauf habt ihr Bock. Auch gestern hatten wir echt ein paar sehr, sehr coole Szenen, die daraus entstanden sind. Und die ganzen Highlights findet ihr dann natürlich auf YouTube. Und morgen bin ich ja beim Illigella Cup, im Real Life Cup. Da werde ich dort am Start sein. Auch wenn ich selber ein bisschen angeschlagen bin und erkältet bin, versuche ich natürlich von dort aus mein Bestes zu geben. Und eigentlich runden wir ja trotzdem den Sieg, ist ja eigentlich egal. Abfahrt ins Late Game. Robnitsch, erster? Ja, 22-Kill-Win. Was? Die 20er-Hits. Tech ist halt so krank, aber kann auch 0 gönnen. Guck mal hier. Sein Aim ist ja noch echt gut. Kriegt den Noctus Sorben. Ja, jetzt Slate. Das ist genau das, was er braucht. Die anderen zwei spielen eine safe Win. Und er geht jetzt einfach nur auf Kills und Slate einfach. Das ist perfekt. Ja, das ist perfekt gespielt. Oh, jetzt noch ein bisschen. Oh. Schönes Ding. Direkt. Ja, geil. Ich glaube wirklich, das ist schon fast die Taktik, erste Runde down zu gehen. Weil dann die zweite Runde ist halt viel mehr stacked. Die erste war komplett tot. Die Runde war komplett tot. Ja, ja. Oh, peace. Hilfe! Noch eine Bennigan? Triple Bennigan. Ja, er geht da jetzt einfach rein und holt sich. Nein, er hat den Weg noch, fast gar keine Addis gemisst. Oh, nein. Äh, hier ist die mit. Nice. Ich hab gar nicht keine Mads, aber meinst du, du brauchst die Mads. Oh, jetzt bin ich. Am besten jetzt Mads shoppen. Einfach Mads shoppen und wieder runter weg. Komm hier. Weiter. Hä? Er blankt einfach. Ja, okay, gewonnen. Ich gewin. Ich gewin. 20 Kilowin. Double Bennygun, die ist heute noch gewonnen. Nice. Alter, wie geht's? Schell rüber, schell rüber. Ey Jungs, viel Spaß in der Viewing Party. Ich wollte dir keinen Kuss geben. Also, naja. Willst du kurz ab? Nein, nein, nein. Ich hoffe, ich bin echt gut. Alter, ein gutes Aims. Holy! Er hat wahrscheinlich so lange gepackt, um so Aims zu kommen. Oder nicht? Oh, was? Hä? Ich hab die Prank? Ich hab die Prank. Ich hab die Prank, ich hab die Prank. Ich hab die Prank. Komm da, komm da. Okay. Aber die haben schon killt. Prank. Kill one. Der hat sogar da immer. Also der killt wohl, hat einen gesündet, ne? Okay, die gewinnen das. Aber du hast gesagt, kill off vielleicht. Nein, nein. Die machen das. Netschen muss jetzt gleich reingehen. Er braucht einen Kill. Für seinen AP. 50 Weiß. Oh, was ein Pump. Der geht rein. Dead. Da war noch einer weiter. Oh, was? Und den auch noch? Oh, was? Und den auch noch? Direkt neben mir Roadshop. Direkt neben mir Roadshop. Komm, der ist übertrieben. Oh, was macht er? Nein, nein, nein. Hör, wohin aimt der? Ah, Digga, drei Leute an mich. Nice, 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 nice. Ähm, ich glaub 2i2 gerade. Oh, was? Er ist Crack? Flaben. Ohhhh. Wasser im Rest. Trondel einfach. Nee, wusste ich nicht. Paste. Trondel. Okay, ähm. Wollen wir weiter? Die müssen schonen. Lass doch nicht der Latke wieder runter. Oh, oh, oh. Pull the over, ja. Vielen Dank. Schnell PC aus, Mann. Schnell, er macht PC aus. Oh, oh mein Gott. Chill. Oh mein Gott. Ohhhh. 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 100 Mets. Ohhhh. Hat er Mets? Nein, hat er nicht. Er hat noch einen Mets bekommen. Ah ne, ja. Dings hat den bekommen. Der macht das. Er braucht den Kill. Er muss rein. Er muss die Mets holen einfach. Nee, nee. Ist alles gut. Er findet. Nein, er findet. Nur so. Er gewinnt das. Benji. Benji Luck. 500 Boots einfach aufgehoben. Ich würd zurücklaufen. Bitte padden. Er hat doch safe einen Pad. Er kann zu den anderen fahren. Zurück padden. Da. Er... Chili. Er wird ein Champ. Er wird ein Champ. Benji kann doch. Oh mein Gott, lustig. Vor allem er hatte einen Pad. Er hatte drei Pad. Er ist alle down gegangen. Er hätte einfach zurückdingsen müssen. Ja, aber er hätte einfach auch noch dreimal schießen können. Unten links ist Wolfis. Und links neben Wolfis ist Ammar. Der ist leider nicht auf dem Bild. Rechts. Wer spielt auf deinem PC? Berki. Berki spielt ganz rechts. Links neben Berki. Im weißen Stuhl ist Maestro. Dann Queezy guckt zu mit Fuß auf dem Tisch. Und guckt eine Serie. Dann... Ich glaub rechts davon ist dann Tayson. Ne, Hen. Nein, nein. Hen spielt nicht. Hen ist ja nicht da. Ja, aber in der Theorie ist sie dann da. Dann den Typen, den ihr links sieht gerade. So... Wo man nur den Arm sieht. Das ist Tayson. Rechts davon ist X8. Und dahinter ganz links, ganz rechts hinten ist Flick im grünen T-Shirt. Dann eben Thomas und Kloscher. Aber guter Player auf jeden Fall. Wenn die 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 Runde gewinnen, dann nicht schlecht. Dann haben die eigentlich echt gut gespielt. Schön. Nicht roterspringen. Nein. ja, ich ills die Zeit. Ich loopch zu retten. Da waren 5 Penny Gunz. In blau smoother bodies, mid投es, mid投es. Er muss nicht alles mitnehmen, er muss nicht gönnen. inm oluyor m ting Das wird knapp, er darf das nicht verlieren, er darf nicht sterben, wenn da uns stirbt, verlieren die. Da ist noch einer. Das war so knapp. Die haben den Fight schon gewonnen. Kompletter Frager. Er hat noch einen. Er ist so krank. Bitte bitte bitte. Kompletter Frager, 30er. Bitte bitte. Bitte bitte bitte. Er wollte den Kill zu oben verliegen. Hat er durch, hat er durch. Er ist so gut. Die hat noch wenig, die hat noch wenig. Die war einfach offen. Wieso hat er nicht geguckt? Er muss so gucken, über dir ist der Strobel. Wie viel? Drei? Ja, Top Frager. Vier, vier, drei, drei. 200. 200. 200. 200. Was macht er? Er ist auf einen Connected? Er ist tot, er stirbt dann voll damit, oder nicht? Egal, er ist Alphard. Das ist doch egal, oder? Das ist deine Regel. Was? Ich habe so gekaut, dass sie von... Das war zwar nicht, es war gut gespielt, weißt du? Alphard, lass ihn, wie wird das? Das war krank gespielt, was er gemacht hat. Ich habe gesagt, das war krank gespielt, was er gemacht hat. Aber dann hätte er halt vorgemischt, er hätte ein bisschen zu lang gepuppelt. Die haben keinen Halt. Und Leben tot. Und tot. 27 Punkte. Ich dachte... Hier kurz einmal aufhalten. Wollen wir beide kurz einmal aufhalten gehen? So, hallo? Jetzt? Ja, komm, hier rüber. Wie läufst du? Das ist der Russian Meme. Wir sind auf Preise, wir müssen frei drüber kommen. Genau. Wenn du erst mal auf den Besuch gegangen hast, dann hast du jemanden geantwortet? Dann hast du weiter geguckt, aber du hättest einfach direkt Pet Call müssen und von zu werden. Und dann hoch und zu. Wieso? Du warst, du warst, ach du krank, Herr Fähig. Ich dachte, wir müssten dann von dort aus längern. Nein, der hättet ihr machen können, aber wer hat den gebraucht? Wer hat den gebraucht? Wer hat den gebraucht? Wer hat den gebraucht? Wer hat gesagt, der geht vom Konto? Merkir. Der geht mit Chile. Der geht mit Pat Gap. Hattest du mal? Ich habe Clabel aus Pat Gap gegeben. Der habe ich gesehen. Er war Vindelhinter, der er mit Sport gekommen. Claren ist noch vor Ort. War ich der einzige, der speedportede. Ja, man weiß, er war der einzige. Du hast ganz gerne mit Gap. Du siehst die Kamera? Du musst jetzt winnen. Was ist der loot? Wer ist der andere B? Already ordering. Late! Already... Already... Do you have to go to the restaurant? Nein. The call? The link is wrong. It's good. Hey Chad, is that one? Did you say that? Habt ihr das gesehen? Der hatte ... Lied an der Spaß? Lied an der Scar? Was ist das denn mit Loot? Keine Wunde, dass ich gewinnen. Das ist das Problem. Geht auf roten Ding. Aaaaaaah! Die haben den Touranen verfasst. Ja, ihr ist ein selber- Wahrscheinlich. Hast du den Blick? Ist er so am Cheaten? Echt? Ja, dann lass doch weiter gucken. Wir gucken weiter. Können die sich callen? Oder sind sie callt? Wie viele Punkte brauchen sie? Echt jetzt? Das ist doch easy call. Außer... Flame Poples. Vielleicht ein paar Punkte mehr. So 105 oder so. Der heute mal 102, das ist aber aus seinem eigenen Richten. Es wird 102 sein, aber sicher und sicher. Es wird 102 sein, okay. Ich bin zu laut. Kann man eine Beschwerde gegen deine Mods einreichen? Ja, klar. Kannst du deine Mods rein? Ich baue die aus, baue die aus, baue die aus. Ich hab keine mehr Zeit, geh einfach rein. Alter, easy call. Und wir gehen rein in die Standings. Wahrscheinlich Tyson auf der 1. Wäre komisch, wäre nicht. Oh nein! Lucia auf der 1. Und Tyson nur auf der 2. Oh mein Gott. Was? Wie kann Tyson nicht auf der 1 sein? Das ist ein Tiebreaker. Haben die verloren. Wegen einem Win. Und die wurden letzte oder sogar noch zweiter. Und die? Auch zweiter. Wie dumm. Wie dumm. Gut gespielt. Ich kann das nicht lesen. Irgendwelche Schweden. Das ist safe, irgendwelche Cheater. Ey, es haben so viele Leute gecheatet heute schon wieder. Dann Pablo, auch Cheater anscheinend, mit dem ich letzte Woche Wompampf hatte. Auf der 6. Nice. Dann Effekt. Keine Ahnung. Abwehr. Abwehr? Ey, sehr gut. Mit Wubak. Der hat auch. Der hat auch an. Dann Nir Wulfis. Der hat nicht an. Der ist Kontrollerspieler. Keine Ahnung. Morsch, Sinan, deutschsprachiges Trio. Also 2. Meinst du, das kickt du Softame? Nö. Aber Markus. Dann Polenmenschen auf der 11. Mongrel auf der 12. Dann Russen auf der 13. So. Einfach weiter. Stormy Ride auf der 15. Das ist doch dein Programm gerade. Ja, machen wir. So. Blacky BDS mit dem neuen Trio. Auf der 15. Falken Leon. Falkens war hier. So. Auf der 16. Was meinst du, was kriegt der monatlich? Ähm. 4K. 4K. Oha. Teak auf der 22. So. Dann haben wir noch hier. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Backquist auf der 28. Alter. Wichtig. Oh. Anlegs auch noch. Stark. Guck doch mal die Top 80 an. Leisen auf der 42. Mick Knapp. Der hat an. Der hat komplett an. Jürgen Marvin. Ich muss mal ganz kurz dazu sagen. So viele Spanier sind ja zur Zeit am Softame, ne? Makros. Alles mögliche. Wenn du dich so nennst. Crazy 52 52 52. Ist nicht das. Mariolo 49 49 49. Und Riux 203 203. Aber was gibt bitte 49 Damage? Blaue A, ja. Ich freue mich das. Gelesen. Nein. Man hat ja gar nicht so viele Punkte gebraucht. Hätte ich das gewusst. Er hat mich angeschränkt. Letzte Runde 9. Echt jetzt? Und ihr hunderttausend subgezogen. Hunderttausend. Perfekt. So Chat. Ihr versteht glaube ich alle nicht, was hier gerade passiert ist. Ihr wisst, ich bin der schlechteste Spieler, den es auf dieser Erde gibt. Und habe mich nur Lucky qualifiziert hier für das Viertelfinale. Lucky, du hast wirklich gut gespielt. Ja, aber das ist wegen meinen Mates Lucky. Und jetzt guck dich das einfach an, was hier passiert ist. Mein Team fightet ein einziges Trio. Und ich denke mir so, okay. Vielleicht kann ich, weil irgendeiner wurde angeschossen. Claven ja, er ist weak. Da habe ich mir gedacht, okay. Dann kann ich hier rein. Zack. Hol mir den ersten. So. Ich sage, einer down, einer down, einer down. Ich höre, ein weiteres Team kommt dazu. Ich boxe mich kurz zu. Ich denke mir so, oh warte mal. Vielleicht sind die einen so clever genug, dass sie ihn healen. Dann gehe ich mal wieder rein. Alles klar. Oh, da wird er aufediten, oder? Ja, da habe ich doch die Pump draußen. Und what? Pump ihn einfach. Und was? Da kommt noch sein Mate? Ja, der kommt noch her. Da bist du auch tot. Drei dead. Drei dead. Drei dead. Drei dead. Drei dead. Drei dead. Und keiner hilft mir. Es hilft mir keiner. Was soll ich machen? Und ich gehe jetzt kurz umkabeln. Okay, war halt nicht impressive oder so. Drei dead. Da noch ... Drei dead. Drei.